Musik Meine Herren, die Rakete befindet sich auf dem Weg an die Ostküste. Die werden das Weiße Haus verlieren. Dann bauen wir es einfach wieder auf. Verluste? Wahrscheinlich 30.000 bis 50.000. Abhängig von dem genauen Ort der Detonation. Fast alle Systeme sind deaktiviert. Daniel Shepard, Sie haben uns gewarnt. Wir hätten zuhören sollen. Man wird nicht von uns als denjenigen sprechen, die Dienst hatten, als die Vereinigten Staaten untergingen. Ein Mann ist für all das verantwortlich. Makarov muss aufgespürt werden. Egal was Sie benötigen, General. Sie kriegen einen Blankoscheck. Zweite Sonne, Part 12! Und wo sind wir hier? Beim Weißen Haus sind wir immer noch okay. Ach, das kennen wir. Das war die Stelle, wo wir abgestürzt sind. Okay. Okay. Okay, wir haben eine grenzte Munition. Jetzt muss ich mal vorgeschießen. Jetzt muss ich mal jeden Schuss genau überdenken. Kann ich hier auch irgendwie raus? Hallo, ich will hier raus. Sag, bitte kommen. Hier ist ISS-Kontrolle. Houston fordert eine Übertragung von ihrer Elbkamera an. Over. Sie wollen, dass Sie zur dunklen Seite der Erde schauen. Sie sollten den Horizont bei etwa 15 Grad röstlich der PV-Anlagen erreichen. Sag, Wegrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten. Satt, Wegrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten. Hä, was? Achso, jetzt muss ich da was machen. Da ist sie. Wir erhalten Ihre Übertragung, Satt. Okay, ich dachte, das wäre so ein Video. Empfangen Sie das. Was, 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 was? Ich verstehe mir mal. Satt, wie die Übertragung von Satt steht. Satt, bitte weiterverfolgen. Wir alle die Soldaten. Okay, hier ist die USA. Houston, heute sind keine Satelliten-Starts geplant, oder? Nein! Wir haben hier, Houston. Bereithalten. Wir haben hier eventuell ein Problem. Houston, wir haben hier ein Problem. Was ist das, was? Oh! Wir sind da. Wow! Oh! 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 Ja komm, lass mich hier raus, danke. Haben wir wieder Moni oder? Ja, wir haben Moni. Ja, ich renne euch schon so schnell ich kann, nur mit der Ruhe. Aus EMP, oh nein. Ich glaub, komm, dass wir hier so sicher sind. Ja genau. Aber es wird sehr schwer werden. Achso, weg von den Fenstern, nehm ich an. Hier bleiben. Sie gehen nach Haus, sind Sie verrückt? Ja, der ist ganz schön mutig. Es ist vorbei. Los, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Hallo, ist jemand? Was ist hier passiert? Es ist so. Hey, ich hab kurz amerikanische Flagge. Hey, was zum... Mein Rundfunkvisier funktioniert nicht. Meins auch nicht. Das ist seltsam, Mann. Anscheinend sind Optik und Kommunikation ausgefallen. Es brennt nicht mal meine Straßenreter. Seht ihr das an, Mann? Ja, verdammt. Okay. Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Top roll done, vorgehen. Geht mein Messer noch? Habe ich mein Messer? Wo habe ich noch mehr Messer? Ehh. Nein. Mein Messer geht noch. Schnell mal diesen Mazda hier abstechen. Hey, hey, rempel mich nicht um. Das ist bestimmt ein Fall, ey. Falle. Naja, egal. Wir müssen darauf, äh, gefasst sein. Ja, Ladies first. Dunn. Bist du sicher, dass es sicher ist? Haha. Ah, hier ist Munition. Ja, brauchen wir. Munition ist hier überlebenswichtig. Für unsere Situation jetzt. Oha. Hallo, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Hey, weg von meinem Schussfeld. Und ihr müsst auch setzen die mit der Kamerad hier gerade eben. Hier eine Granate für euch. Mit einem Leck. Auf. Um Leck zu euch. Ich habe alle Anwendungen geschlossen. Die unnötig sind für diese Aufnahmen hier. Na? Wer will sie mit mir anlegen? Hallöchen. Hallöchen. Oh, okay. Jetzt sterb ich, jetzt sterb ich, jetzt sterb ich, jetzt sterb ich. Wetten, wetten, wetten. Wetten das. Ah, ich lebt noch. Ey, hey, zeig dich doch uns mal. Warum zu schüchtern. Oh. Kontakt. Ja, ich weiß. Bleib stehen. So, hier ein bisschen ein paar Begrüßungsgeschenke für euch. Nachladen, so. Hallo. Na, wo seid du denn? Ohne Visier ist das kacke. Ich habe keine Ahnung, ey. Ohne Visier ist das schwer. Warte, du brauchst mir schon ein Visier. Ich kann auch ohne Visier gut schießen. Na, ich bin der. I'm the champion. I'm the champion of the Pokemon League. So, hast du ein Visier? Auch nicht. Naja, dieses Visier ist wesentlich kleiner. Aber sie hat wenig Munition. Naja. Hier ein Geschenk. Happy Birthday. Ah. Ich dachte, die Granate wäre zu weit weg, als dass sie mich killen könnte. Naja. Zum Glück ist sie ein Save. Dieser Kackleck. Leck, hör auf. Böser Leck. Aus. Aus, Leute. Hey, hier habe ich ein Visier. Aber es ist etwas ungenau. Na, kommst her. Ja, brav. Genauso stechen wir es vor. Sie sind tot, oder? Ja, ich schätze schon. Wir haben gesichert. Los geht's. Da ist das Eisenhauer-Building. Das weiß ich, das ist auf der anderen Seite. Oh Mann, wir müssen da raus. Null-Crew-Vemo. Boah, die Lichteffekte sind so geil hier. Echt krass. Wir geben Deckung. Ich bin ja ganz ruhig. Ja. Ja. Jawohl. Was? Was reden die da? Ja, ja, ja. Jetzt bin ich noch schnell. Ach komm, scheiß Leck. Leck? Böser Leck? Ein brennender Baum. Was ist denn jetzt los? Hallo? Sag was. Volley. Feuer einstellen. Wo denn? Sind das Verbindete? Ich weiß nicht. Code! Liebe jemand Deckung. Code! Sag Texas verdammt. Mach schon. Kontakt! Mach ich einen auf Rambo. Tja, fast wäre ich gestorben, aber zum Glück bin ich das nicht. Oh, ich mag das Level. I like that. Raketenmerfer. Wahrscheinlich hat er wieder keine Munition. Das ist ja üblich. Oh, unsere Knarre hat nur noch 17 Schüsse. Vorwärts. Eine Munitionskiste wäre jetzt vom Vorteil. Ja, kümmere dich um ihn, genau. Ich wechsle mal sicherheitshalber. Mit 17 Schüssen zu kämpfen ist ein bisschen riskant. Was für ein Siegel an der Tür. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Tja, so kann man sich hören. Das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Soll ich reingehen? Sra. Sra. Willkommen Ont进 dakika. Sja. somehow zu peinen. Am Ende. Big tapi. Soll ich eine Sala. ... Auch wenn ich tube das, Vielen Dank.